happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mecharena heute ist mittwoch und ich musste gerade mein ding ins wechseln weil ich habe hier eine quest von tango drin was ich gestern nicht gesehen habe gestern ein bisschen gespielt habe mir die quest nochmal angeschaut und hier ist die quest die geht noch vier stunden ich muss 20 mal im vp werden ich probiere noch vier mal zu schaffen heute habe noch ein bisschen mehr wie eine stunde und schon mal viel spaß wir spielen jetzt den wettbewerb okay die erste runde geht los also wir haben hier noch auf meiner seite ein bot mit dabei andere seite sind glaube ich als gegen spieler war das oder auch ein bot naja ist ja auch egal na gut so werde ich nicht mit tango mvp spieler genau mvp spieler mvp ich schlafe noch ein bisschen nur ein halb schlaf nein ach du kappt noch ein dass doch wir wir so jetzt mvp du wirst mein mvp womit hab ich das verdient wow das war die Wand das hätte jetzt sein kill das habe ich ja hier hier Ne, ich werde kein MVP. Probier was mal über der linken Seite. Okay, das ist doch ein zweiter Stahl. Ich war doch... Naja, egal. Vielleicht hat das sie auch für ihr geschafft. War bestimmt wieder so ein kleiner Leck da. Okay. Ich war der eine schon mal weg. Einer mit Raketen weniger. Nein. Ein Schuss hätte noch gefehlt. Hey Karamba. So, dann werde ich mal sagen, das ist für die erste Runde. Ich bin nicht MVP. Aber in der zweiten Runde werde ich MVP. Ne? Denke ich auch. Deswegen, bis gleich. Okay, die nächste Runde geht los. Ich sehe gerade, da kann man, dass meine Haare hier abstehen. Stehen die so viel? Oh ja. Stehen ab. Naja, solange nur die Haare abstehen, ist ja okay. Schade. 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 Ach ja. Lass uns mal gucken, was wir jetzt hier noch so machen können. Kommt jetzt der hier drunter. Ich bin nicht mehr. Oh, sieht schon mal gut aus, schon mal sehr schön, ah, nicey guys, so, jetzt, Versuch Nummer gut 2, ah, der kommt da nicht hoch, auf den Kopf gesprungen, uh, ok, ok, ganz bisschen info, ach, das war einer von mir, schiebt er mich einfach weg hier, so, 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 come here, come here, come here, Mist, ok, den haben wir, zack, uh, schau, da kommen die nächsten, so, 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 jetzt stell ich mich mal hier hinten hin, das hat auf mich geschossen mit der rakete aber alle guten dinge sind drei in der nächsten runde gewonnen haben wir schon mal aber ich bin noch nicht mvp mit tango jetzt die nächste runde die wird ok die dritte runde geht los und jetzt werden wir mvp wir werden mvp naja aber ein kill den aber schnell m 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 4 ff 12 Ich bin verliert. Los. Bei uns hinten in der Basis sind es zwei, leider. Hoho, nice, schnell weg hier, woop. Geh nach gerade. Naja, aber es ist doch schon mal gut gewesen, ne? Gut. Gefiel mir. Noch nicht perfekt. Mit den MVP wird es knapp. Das jetzt aber, das schaffste, Junge. Gut. 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 falschen boah halbes leben weg ein bisschen laggy ist es gewonnen gut schauen wir mal mvp jawohl ich habe es geschafft alle gute dinge sind drei und jetzt noch 19 mal schaffe ich nicht gut die bewertung bester spieler gewonnen so muss es sein ein grad war ich glaube ich tritt bester spieler bei der runde davor zweit dritt bester weiß ich gar nicht mehr also hier war ich irgendwo gut das war es auch schon für heute ich sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid viel spaß und auf wiedersehen ciao ciao und 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 und